6, 7, 8 So, das Ganze walten wir jetzt ein in diese Richtung aus Gut So, okay Ein bisschen in diese Richtung werde ich jetzt noch bauen Machen wir mal so 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 Okay So, jetzt sind wir im Berg, okay Okay Um nochmal sicher zu gehen, dass ich hier keine Ecken schaffe, durch die ich durchglitschen könnte Ich weiß natürlich, dass ich das so gar nicht bauen muss Aber ich glaube, ich mag die Wand da integriert haben Kann ich ja immer noch rückgängig machen, wenn es mir nicht gefällt Böse So Gut, jetzt brauche ich noch Wände Ach, da habe ich ja nur die ekligen Orangenen Warte, ich muss mal gerade Ich muss mal gerade gucken gehen, ob ich zumindest mit meinen Gutscheinen diese graue Wand eintauschen kann Ich will das echt nicht so in Orange bauen Das finde ich echt Das finde ich echt hässlich So, also das läuft weiter Während der Zug weg ist und da ist schon zu Ende Beziehungsweise Zu Ende Und dann geht es hier schon wieder los Ja genau, da sind immer so Ah Da sind immer so kurze Kurze Momente Ja verstehe ich nicht wirklich, aber Was soll's So All right So Also Ich weiß nicht, was da los ist, aber Schrauben Geht hier echt in die Hose Ja gut I don't care Jedenfalls jetzt gerade Interessiert's mich nicht Und ich brauche auch noch ein paar von diesen KI-Begrenzern oder was das war Habe ich glaube ich in irgendeine Kiste geworfen Sollte ich mal mitnehmen, damit ich noch so ein paar Intelligente Splitter bauen kann Wenn ich das jetzt schon umbastel Dann sollte ich vielleicht dann auch gleich noch die anderen verbinden Äh Ja Dir gefällt's bei mir echt, wahr? Kann das sein? Bist du mein Haustier? Sieht so aus So Gib mal her Wende Wand mit Förderbanddurchführung Wand mit Förderbanddurchführung Warte mal Willst du mir sagen, dass ich das Ding jetzt gerade auch nicht bauen kann? Haben sie mir das wieder weggenommen? Ja Ich muss es wieder neu kaufen Schon wieder So Aber wo sind dann bitte Wo sind denn bitte die grauen Wände? Fundamente ist es nicht Fixed Sonderangebote Ist es auch nicht Architektur muss es dann ja eigentlich sein Es gibt sogar Dächer Ach genau, das war bei Customizer Betonwand 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 ist auch hübsch Betonwand braucht drei Und das braucht fünf Ach scheiße, da fehlt mir ja noch der fünfte Der ist hier Asphalt gibt's jetzt auch Rutschfestes Material Beschichteter Beton Rutschfestes Material Betonwand Vielen Dank.